Und hier das Rätsel. Die folgende Einstellung dauert 30 Sekunden. Wo ist sie gedreht worden? In Boltenhagen oder in Warnemünde. Und was ist das Indiz? Es gibt nämlich eins. Schauen Sie genau hin. Wo sind wir heute wohl? Noch sieben Sekunden. Haben Sie das Indiz entdeckt? Dann ab damit auf den Antwortzettel.